Wir lebten mal Familien in jedem Haus in der Straße. Den ganzen Tag hörte man Kinder lachen. Was ist denn los? Es ist kalt. Mein Schlüssel ist drin. Hast du Hunger? Wir brauchen niemanden, der uns hilft, klar. Ich versuche nur, mir selbst zu helfen. Ich suche immer noch nach Antworten. Nur dass ich die Fragen nicht mehr weiß. Ich habe Blut an den Händen. Wie sehr ich es auch versuche. Ich kann die Vergangenheit nicht abwaschen. Deine Grandma ist sicher besorgt. Du bist nicht mein Vater. Du machst irgendwie deinen Frieden mit ihr. Oder sie für einen Krieg gegen dich. Es gibt's. Die ist geschlossen. Dann muss ich mir Zutritt verschaffen. Was? Gott hat einen Plan. Wir können nie mehr zurück. Töte zuerst die Alte und das Mädchen. Möglichst schmutzig. Selbstverteidigung? Jagd. Der Müllmann war nicht immer ein Müllmann. Du hast mich auf den Zensenmann angesetzt. Du hast gesagt, ich muss meinen Frieden machen. Das kann nicht jetzt. Woher kennen Sie diese Nummer? Ich kenne nur deine Adresse. Untertitelung des ZDF für funk, 2017